Ah, da sind wir auch wieder. Revealion. Oh, das ist der Professor. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Das war Zufall. Revealion. Platzio. Confringo. Platzio. Confringo. Revealion. конфringo. R Equale. Revealion. 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 Confringo. Cairo. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Das war's. Okay. Gut. Wollen wir mal besch... Rockwood-Killer. Oh yeah. Ja, ich schleiß hier ja auch lieber lang. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es geil finde. Einfrieren, schneiden, bam. Okay, das sieht schon echt episch aus. Was muss es sein? Reveilio. Auch je Vorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Money, money, money. Da. Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass wir es sind. Professor Rockwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn, wie er hat. Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen? Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss sie jetzt verlassen. Warum? Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte es Ihnen, wenn ich könnte. Die zweite Prüfung. Da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Wie wem? Das wird doch wieder so scheiß lang. Die Frage ist vor allem, habe ich genug Zauber dafür? Ich habe so das Gefühl, mir fehlen noch ein paar Zauber. Rivellium. Rivellium. Okay. Dafür brauche ich Fingalium Leviosa. Ah, das ist wieder so ein Ding. Fingalium Leviosa. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. LUMOS. LATIO. CONTRINTO. GEPIELE. AGREE. AGREE. Gibt es hier noch irgendwas? Ich will mal gucken, ob ich es anders da vielleicht schaffe. Hier gibt es nichts, ne? Okay, das Ding muss ich irgendwie verschieben. Und das auch. Die Frage ist nur... Ach hier. Vengatium, Lidiosi. So, wenn ich jetzt durch den Torbogen gehe, müsste doch eigentlich... Genau. Das müsste ausreichen. Schaffst du das? Ja, schaffst du. Hätte auch so geschafft. Ich meine, komm schon. Als könnte man sich da theoretisch nicht hoch... ...hangeln. Das hätte... Gut, so wie das aussah und das... Ja, wenn es scharf hier als hier klingen wäre, dann wäre ich da nicht mit normalen Fingern rangegangen. Ja, da soll ich also noch nicht hin. Okei, da soll ich auch noch nicht... ein Gecek. Es gibt ihn nicht nur für uns. Schaffst du das? So... Achio! Debiote! Achio! Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Entschuldigung! Ich kann also auch hier durchgehen. Äh... Okay. Warte mal. Perfekt! Das ist doch schon mal eine Sache. So, wenn ich jetzt hier hingehe, was ist es dann? Ach, nur eine Truhe. Okay. Ja. 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 Warte mal, kann ich das Ding... Die Säule versperrt den Weg, hat er gesagt. Kann ich das Ding... Kann ich das Ding... Ah, ne. Drüben wäre das... ...nur eine Truhe. So. Will mal was gucken. Was passiert eigentlich? Ups. Das muss doch auch irgendwas zu bedeuten haben, oder? Revely. Die Dinge haben irgendwas. Ich weiß nicht was. Die müssen irgendwas machen. Die haben irgendwas zu bedeuten. Die haben irgendwas zu bedeuten. Ich gehe. So. Hier habe ich irgendwas, womit ich... ...arbeiten kann. Hier ist eine Säule. Ich gehe mal. So. 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 Das ist nur eine Truhe, ne? Ich kann damit nichts machen. Ich kann da auch nicht durch. Die Säule versperrt den Weg. Irgendwas ist mit diesen Dingern. Warte mal, was ist? Wenn ich das Ding hier... Okay, da ist nichts drin. Ich weiß nicht, was ich mit den Dingern machen soll. Ich verstehe es halt nicht. Ich komme nicht hier lang. Ich muss die Truhe irgendwie... Nee, habe ich theoretisch alles. Also, ich wüsste nicht, was ich hier jetzt noch machen könnte. Es bleibt theoretisch immer gleich. Die Dinge auch. Die Garten, die die Ota. Lässt sich dieser Torbogen irgendwie verschieben? Torbogen verschieben? Was für'n Torbogen? Der hier? Warte mal... Torbogen verschieben... Versteh ich selbst nicht so ganz... Torbogen verschieben... Ich weiß... Sch-sch-sch-sch-sch... Sch-sch-sch-sch-sch-sch... Lebiose... Warte mal... Ja, aber wie kann ich den verschieben? Hat doch irgendwas mit dieser... Gammeltruhe zu tun... Degladium Lidiosa... Irgendwie verschieben... Wenn's keine Möglichkeit gibt... Oder ich hab verkackt, weil ich die Truhe aufgemacht hab... Wie konnte ich das wagen? Aber wie kann ich den Torbogen verschieben? Das muss doch damit irgendwas zu tun haben... Willst du mich verarschen? Warte mal... Also entweder denk ich zu komplex... Oder ich bin für manche Sachen einfach zu blöd... So, aber... Wenn ich die Säule theoretisch verschieben kann... Muss ich das jedes Mal wieder neu machen? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Das bin ich demn. Anget cier Okay So, dann gehe ich mal hier durch Nein Dreh den Shit mal rum Ich will nämlich da auch mal in die Truhe noch kommen Ich meine, wenn schon, denn schon So, hier nochmal durch So, jetzt will ich mal gucken Ob das klappt Man muss da doch irgendwo hochkommen Habe ich das Gefühl Aber warum kann ich jetzt durch die Säule Das verstehe ich jetzt nicht zwingend Wie gesagt, es hat bei mir was andere Gründe Oh, jetzt Autsch. Das war... Mir hätten die Handkanten wehgetan. Gut. Und jetzt einfach hier durch. Okay. Okay. Warum muss das jetzt um die Bass sein? Achio. Die Pingo. Achio. Die Pingo. Die Pingo. Die Pingo. Die Pingo. Die Pingo. La 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 la. Schon wieder so ein Kram. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Jetzt mach doch mal langsam. Komm, trink. Lass mich doch erstmal alles hier kaputt machen. Einmal, weil wir es können. Da hinten ist noch irgendwas. Was ist da hinten? Hm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017